In Simbach und Braunau am Inn lebt und arbeitet der Designer Martin Ballendath. Herr Ballendath, wir sind hier in Ihrem Showroom in Simbach. An der Front steht in großen Lettern, hier entsteht Design. Was heißt das? Ja, hier entsteht Design von der ersten Idee bis zu einem serienreifen Produkt. Und unter Design verstehe ich vor allen Dingen an Innovation. Durch ein Zusammenspiel von einerseits künstlerischen Aspekten und technischen Aspekten. Am Prototyp, am CAD, an der Konstruktion. Bis zu einem serienreifen Produkt. Ausatmen im Ausatmen im Ausatmen im Ausatmen. Am Untertitelung. BR 2018